jetzt ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 3 ne, Fuck right right, Fallout 3 und ja, auch wieder alle zusammen ich bin so behindert man was ist das denn? scheißegal wer noch da ist, ich will wissen wo dieser Penner hin ist ach da ist der dritte nicht bewegen ich bin so cool ALTER ich wollte es dir aber gegeben spüren wir den Dreckskerl auf was dass ich irgendwann der Bösewicht wäre ah, hier, Claude Twist alter was zur Hölle was ist denn das für ein Typ ey ich versuch's gerade noch mal mit dem Sniper ey, der ist ja genau so eingestellt wie bei mir Stroh, du hast schon wieder die Sniper genommen ich bin auch die Verletzung der Fall ich bin auch die Verletzung der Fall ich bin auch die Verletzung der Fall ich will das jetzt nochmal versuchen aber passt auf, dass ihr euch nicht einfangt lass uns den Scheiß schnell erledigen also feurte ich ab warum und wer denn rein ist natürlich PC ich kriege hier kein Schaden davon wieso? hä, das war eine von uns? das sind neue Gegner ja ich hab zum ersten mal das kalassentag installiert bei wem pumpt denn das so eisenseele was ist bei mir eisenseele macht mal dein stuttgart 1 20 aus ich wurde getroffen von der sniper auf dem da das ist ja jetzt das krieg ihn noch da steht da mit mp und wer schon wieder tot ja ich muss gerade sagen also sniper ist gerade nicht so ihr lebt den grad wer hat euch der helfe ich mache hier einen kill nach dem anderen mal gucken und passt ja warten noch ein bisschen genau da guck mal da spieler versteckt wenn ich ja bei mir zu wieder nicht bewegen es gibt es nicht oder war einer da ist einer maschinenbewehr aber der fad sie hat ihn ich habe ihn nicht erledigt das war auch immer ich oh hunde oh gott ich bin erwischt bankgeld aber eher nach einem stuhl als ich die hören sich deine stuhle an erinnere in knarzen altkart stuhle gesagt stühle ab 9 soll sich in stühle zockt bin ja ich wollte auch gerade sagen da ist einer bei mir ich kriege ich keine kills gerade hinter euch ist einer und er hat mich übrigens getötet das wäre ganz cool wenn einer von euch ich komm schon was so wenn ich dir da oben noch krieg und man macht das nette dich alter leck mich doch ich hab das oder nicht das kannst du gerade krieg ich sie auch meine güte da ist das tor mit ich muss noch nicht schon einig ist es geht hier besser als vorher ich weiß ja ich will dass wir eröffnet das ist du machst du hast ja unser starkes Mädchen macht das schon was würde ich ohne mich machen vermutlich am Tor stehen ich muss zurück zum kampf was wollt ihr von mir dafür nicht was haben wir ja auch gerade ihr habt zu sein rutschen jetzt wissen wir ja wenn es geht ja einfach da hinstellen und leert hast du drücken gut zweier seiler rutsche ich gehe an die hui oh mein Gott Crusader Prince wartet oh Gott 6, 5, 4, 3, schnell, 3, schnell oder einschneiden ich doch genau ankommen wieso ist denn der peinlich der ist doch super besonders weil den sicher in Zukunft viele wollen ja direkt gehackt wieder mein Bogen der war cool ich wollte euch nur warnen wegen dieser Tunnel vielleicht habt ihr schon gemerkt aber ihr habt euch damit echt finsteren gestalten eingelassen ganz finster was wegen dem Tunnel? ja genau, krass no depressing, all the lighters will be shot survival will be shot again da steht ein Panzer wieso gehen wir nicht einfach einen anderen Weg warum können wir nicht einfach den Panzer haben oh da sind gleich die Gegner das sind so die Geräusche die der Ruttgart 21 immer so macht das ist ein komisches Geräusch ich dachte wenn Eisenseele zufrieden ist macht er solche Geräusche ich sende doch nicht mal du hast gerade gesendet nein doch natürlich ich sehe dass er im Teamspeak ja ich auch ja die Ziege kannst nicht sein, die ist unfehlbar no oh nein oh nein Eisenseele nein du musst erst dener schießen dann dener aufschuss hinter euch warte 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 liebe Seele ich komme oh mein Gott Seele doch das ist dramatisch oh Gott bitte dich mal in Aufzug warte ungefähr warum ist warum bist du grad so verschwunden wegen das Checkpoint aha müssen wir denn überhaupt hinterhin weil du warst tot und dann einfach auf einmal hast du wieder gelebt ja wegen dem Checkpoint wahrscheinlich ah hier ist äh Moni und ich lade erstmal nach ich höre schon wieder Hunde und ich habe das Gefühl dass ich erwischt werde ne doch nicht doch weil ein zweiter Hund da ist puch oh das wollte ich hochjagen warte hier ist ein Sniper wo ist der wenn ich muss doch mal nachladen wo sind noch Spritzen oh sie da hinten ist ein Sniper gewesen ich weiß nicht ob der noch da ist aber da steht zumindest immer einer direkt vor mir wie lahm ist dieser Aufzug eigentlich ne irgendwas oh nein der Kackwichser äh das da oben wie kommt man da rauf die Treppe im Gebäude oder hinter dem Gebäude ich versuche dich zu retten ah ich komm schon rauf ja ja ich seh dich ja oh vielen Dank quasi nicht die nicht die hier abfeuern ich mach nächste Runde wieder was anderes oh ja das wäre ne dicke Kanone ich hätte meinen Sniper wieder oh guck mal da sind ja welche ja ja fühlt sich ein wenig da oben ach da oben oh wieder ein Sniper holt den wer zwei Sniper muss dort nachladen muss dort nachladen oh Gott hinter uns kommt sie auch glaube ich oh da ist einer ich bin tot was hat der denn jetzt gemacht gracias ein Sniper weniger noch ein Sniper weniger noch ein Sniper weniger so ein Typ weniger also ich muss sagen das Charge-Schütze-Gewähr geht irgendwie jetzt hier deutlich schlechter als der letzten Mission ne ich finde das geht deutlich besser wieder zwei Sniper ne ich treff halt irgendwie nix mehr sag ich da die Mods draufgefallen ach so da ist noch ein Sniper ne das wackelt halt jetzt ich halte Seele warte ich oh scheiße tut euch kein Zwang an ne 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 keine Sorge gut ja jetzt kann ich hier ach jetzt hat ihn schon einer erschossen ja das war ich ja genau ne ich ich muss nächste muss die Runde wieder wechseln das Sniper ist halt hier ich komme da gerade nicht mit zurecht ach ja nein oh fuck jetzt habe ich keine Waffen mehr ja noch was da ja wunderbar hinter uns oh ja da ist ein Sniper da darf ich nicht hin ok ist denn der habt ihr den erwischt ja der Sniper ist down ah jetzt ist noch einer da oh da kommt ein Auto es ist Zeit für arg arschloch danke wo ist ein Fahrzeug da ist ein Messer da nicht mehr alter wie überlebt das ein Molotow ey ganz ehrlich heilige scheiße ja das musste sein wenn Autos da sind gehören die mir oh Gott alter ne oh oh Messer da Messer da Messer ooooh oh oh Sniper hehehe nice du kannst mal weg Sniper ist down Auto auch die können auch weg da ist noch ein Sniper down wir sollten zusammen der Aufzug wäre gleich da oh da ist ja noch einer das ist halt ein sehr langsam Kina Aufzug Alter ich hab den doch hundertprozentig jetzt getroffen ja ich bin gleich tot bis dahin bis dahin endlich ja ah da ist er in die Tiefe hey Erfolg ey kann eigentlich irgendjemand für euch die Story nochmal zusammen äh zusammensetzt ähm bringen ja warum wir was wir laufen halt immer noch dem Dings hinterher aha der läuft durch mehrere Höhlen und äh was waren das jetzt eigentlich für Typen gegen die wir gekämpft haben das sind also äh im Dings ist es halt so das sind halt die quasi die äh besseren die Elite-Soldaten in der Story ist es so wie der Dings du hast ja im Single-Pairs zwei Fraktion meinst du da zwei Inseln genau und dann auf der die Leute die jetzt hier rumrennen sind dann quasi die Elite-Soldaten von heute also von dem Oberbösewicht aber da kommen die Leute raus natürlich ich hab ja nur bis zum Watz gespielt also ja ach so wir haben wieder voll im Muni okay okay der Vorteil ist ich hab ein Doppelkirr gemacht der Nachteil jetzt wissen sie dass wir da sind so das geht auch schon mal deutlich besser hier öh den hab ich mir noch schon geholt den hab ich mir auch noch geholt sehr schön aber das ist eine Tür den sollte man nicht töten oder oben ist einer nicht mehr Alter geht doch mal danke leistet man durch die Tür durch die oben rum wenn sie zwei freuen streiten soll sich die dritte denn hast du das auch den Spruch ja ich habe ihn total versorgt tut mir leid sie unten was ist ja nicht mehr nutzbar für die nächste Generation ja du wirst kannst direkt die Tonne treten kannst du ich erlöse ihn mal naja so klar dass er das nicht ich hab da ist was kaputt gegangen hoppala wer war denn das jetzt das Stroh die nächste Tür ähm ach so ich dachte ich bin schon wo reingebackt was das denn jetzt um garantiert jetzt kommen sie von beiden Seiten oh fuck Alter hört mal auf so assi zu sein äh ich äh krieg hier meine Waffe nicht rein aber dafür hab ich den Typen getötet und den da auch oder auch nicht und dafür hab ich sie jetzt beide erwischt ja ich müsste übrigens aufpassen von hinten kommen einige ja ist mir scheiße scheiße oh fuck ey hallo bei mir sind ist einer ah jetzt ist er nicht mehr da das ist der da da hast du den Daumen gebracht oder oh Laptop das sind einige alter die vermehren sich doch während wir sie erschießen bitter alter ich camp hier rum weil die oh scheiße oh oh das war ein bisschen zu viel aber wir sollen säubern okay warte ich wohl dich eventuell mal irgendwann säubern säubern das hört sich falsch ane ich will da rumliegen ja ich häng hier in der Ecke rum und Sniper die nach und nach tot ja eigentlich dachte ich dass da Muni gibt aber oh das ist ne Karte guck mal bitte ich will den Checkpoint ne ich nur den Punkt ich kriege echt ablässchen ach hier jetzt weiter da konnten wir vorher nicht durch wir muss Die Tür öffnet sich nur wenn alle tot sind in dem Raum ja und wenn du die Karte aufgenommen hast und wenn die Karte hingeguckt da ist Muni 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 aber das nur das Explosive das ist mir wurscht die Restige ist da nicht ne Boah, endlich wieder raus hier. Hier sind zwei Türen, die werden sowas von hinten kommen. Hinten, der hat hinten gesagt. Ah, da ist Munni-Stroh. Was, wo, wie? Da? Hier, ja, da. Oh, perfekt. Ganz cool. Ich gehe gar nicht hoch, weil die alle da sind. Nein, ich will auch hoch. Hoppala. Oh Gott. Das ändert nicht gut hier. Achso. Merkst du auch gerade ein bisschen? Alter! Was willst du doch alles überleben? Ich habe ihm schon dreimal einen Arsch geschossen hier. Da ist ein Hund irgendwo. Ja. Ich musste hier abfauen. Ja, er kam durch mich gleich. Wie komme ich denn da jetzt überhaupt hin? Wow! Wo gehst du denn hier hoch? Ach, der Seilrutsche. Äh. Achso, da ist einer. Ich sehe nur ein großer, ne? Ja, ich habe markiert und es ist nicht hier richtig, ja. Äh, ja. Danke. Äh, was passiert hier? Ich habe Spaß. Gebt Gas, ich habe Spaß. Hier ist Muni. Oh, auch normale Muni. Ja, ich komme nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus. Ach Gott, die vier Schuss kann ich nicht mehr machen. Wie lange nehmen wir schon auf? Ja, ich bin schon auf dem Weg. 17 Minuten. Achso. Oh, da ist jemand. Vielleicht bis zum nächsten, äh, Zwischenpunkt. Oh, ich habe die Leiche weggeballert. Da hat sich gerade einer versteckt. Wo ist denn der hin? Da ist er. Boah, schreck mich nicht so, ey. Meiner. Schlimmer als Amnish hier. Warum sind die alle da oben und keine Sniper und ich bin hier unten und ein Sniper? Ja. Wo dein Geduch verkehlt. Ja, irgendwas geht hier schief. Alter, irgendeiner schießt hier auf mich. Ja, ich. Wer ist das? Ich. Wieso? Weil ich mich einfach Lust drauf hatte. Tut mir leid. Das ist Asi, hör auf damit. Das hat sich gerade so ergeben. Da war was roter, so. Ich dachte, hier schießt noch einer. Du nervst ja wohl. Ja, ja, da ist noch einer. Hab ihn. Gut. Da ist noch einer. Boah, ey, dieser Hintern. Unglaublich. Harwin. Ich lade! Wir gehen schon mal weiter. Ähm, geht's nach runter? Anscheinend. Geronimo! Heilige Scheiße! Oh, jetzt tut mir mein Fuß weh. Wollte nie wieder Kerzen hier machen, ja. Kerzen? Kerzen. Kennst du die Sprungfigur? Ach so. Man kann auch schnell schwimmen, ne? Erlinas. Wo tatsächlich schieft. Dreckige Schieft. Wo dann dick reindrücken, so wie ich. Sie öffnen einen Weg aus dem Bunker. Wieso sind wir denn überhaupt in dem Bunker? Ja, wir müssen halt weiterkommen. Durch den Bunker durch und dann kommen wir halt. Unser Auftrag, Adolf Hitler töten. Oh, der hat sich die Stauber war. Der gibt ja ne tolle Theorie. Äh, wisst ihr warum Adolf Hitler so, äh, ein mieser Mensch, oder ein böser Mensch geworden ist? Oh, fuck. Ich werd von einem Hund abtakiert. Warum war Adolf Hitler ein böser Mensch? Boah, Sniper! Den den ganzen Zeitreisenden, die versucht haben, ihn zu töten. Das hat ihn einfach die Kindheit ruiniert. Ja. Das ging so realistisch, ja. Exorcise Heilwinde, jawoll. Rein vor Schmerz. Oder wir schießen die einfach... Wer ist denn das? Ach, da hinten sind noch welche. Wir haben hier auch gerade vergrößt, wo ich den Schaden hier entdecke. Boah, ist das auch nicht. Ich hab auch keine Möglichkeit mehr, mich zu heilen. Ach, zwei, 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 zwei. Die Ballade. Es ist vorbei, sie ist noch ein. Ja, das ist noch ein. Na, das ist noch ziemlich ineffektiv. Ich bin auch völlig falsch hier unten. Rechts war einer. Ja, scheiße, aber nicht. Gut zu worgen. Gut zu worgen. So, letzte Munition. Hier ist aber direkt zu mir. Jawoll. So, dann können wir jetzt gerade mal Pausen, bei Folgenstof machen. was gerade ganz gut danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann Ciao